Hallo, guten Tag, guten Tag, mit in der Reaktion, weil Sie fragen, ob es vielleicht möglich wäre, ob einige Leute sich hinter diesen Schildern hier, die wir jetzt hier aufbauen, fotografieren lassen. Wir würden das dann bei Facebook auf der Seite von Umbrella, Fiesart und Friedenskündnis auf Facebook weiterverbreiten und würden uns sehr freuen, wenn Sie in der Reaktion mitmachen würden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.